Lauflicht mal etwas anders. Normalerweise würden sich dafür digitale Lösungen anbieten mit Schieberegistern oder Mikroprozessoren. Ich würde das mit einem alten Schaltkreis aus der Bastelkiste auf analogen Weg machen. Der A277 ist zwar nicht mehr up-to-date, aber bei dem einen oder anderen schlummert er vielleicht noch in irgendeiner Ecke. Die Schaltung lässt sich aber auch mit ähnlichen Schaltkreisen aufbauen, die zur Ansteuerung von LED-Zeilen im Punktbetrieb geeignet sind, wie dem UAA170 oder dem LM3914. Je nach Eingangsspannung wird eine LED der Zeile angesteuert. Wird die Spannung jetzt kontinuierlich verändert, entsteht ein Lauflicht-Effekt. Kleiner Zusatzeffekt dieser analogen Aussteuerungsanzeige ist, dass die Übergänge zwischen den LEDs fließender sind. Beim A277 können bis zu 12 LEDs angeschlossen werden. Die Anschlüsse 4 bis 15 können bis zu 20mA liefern. An die Anschlüsse 16 und 3 kommen die untere und obere Referenzspannung. Pin 16 liegt auf Masse, das bedeutet LED 1 leuchtet bei einer Spannung von 0 Volt. Die obere Referenzspannung für LED 12 wird über die zwei Widerstände auf 6 Volt eingestellt. Das bedeutet, für die volle Aussteuerung muss ich die Eingangsspannung an Pin 17 zwischen 0 und 6 Volt bewegen. Soll das Lauflicht nur in eine Richtung wandern, muss die Eingangsspannung eine Sägezahnform haben. Die Spannung steigt langsam an und fällt dann schlagartig wieder zurück auf 0. Die Ansteuerung könnte beispielsweise über den hier auch schon vorgestellten XR2206 erfolgen. Pin 2 bleibt unbeschaltet, über ihn könnte man die Helligkeit der LEDs einstellen. Ich steuere das Lauflicht mit einer Dreieckspannung an und deshalb läuft es gleichmäßig von links nach rechts und wieder zurück. Mit dieser Grundidee lassen sich bestimmt noch andere Anwendungen finden. Lasst euch mal inspirieren.